Ja, moin sind meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal Matze. Und ja, ihr habt richtig gehört, ein Tutorial auf meinem Kanal Matze, denn ich wollte heute mal ein etwas anderes Video machen. Und zwar wisst ihr, ich habe aktuell zwei Accounts quasi, die ich mit Clash Royale nutze. Das heißt, ich habe einmal einen Account, den mir ein Zuschauer zur Verfügung stellt, wo ich ein paar Legendaries habe oder fast alle Legendaries habe und einmal meinen eigenen Account. Und jetzt fragen sich viele, ja, wie kannst du denn zwei Accounts benutzen? Wie geht das? Und genau das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Und zwar ist es so, dass sowohl der Account von Henne370 als auch mein Account über ein Google-Konto laufen. Das heißt, der Account ist quasi schon dadurch gespeichert, dass wir mit Google Play verbunden sind. Das ist eine ganz wichtige Sache hier bei diesem Tutorial, ist, ihr müsst wirklich mit Google Play verbunden sein. Ihr könnt natürlich auch jetzt mit Facebook oder was auch immer verbunden sein. Da ist es aber halt, es ist halt wichtig, dass euer Alterstand gespeichert ist, damit ihr den nicht verliert, wenn ihr jetzt einen anderen Account anmeldet. Beim Google Play Account, den die meisten sicherlich von euch haben, ist es so, dass der Spielstand sozusagen auf dem Google Play Account gespeichert ist. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr jetzt diesen hier abmeldet, das tue ich jetzt, meldet diesen hier ab, zack, getrennt. So, dann zeige ich euch jetzt, es sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Bei euch wird wahrscheinlich auch ein anderes Android-System sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei mir sieht das Ganze so aus, ich spiele das ja über einen PC, über einen Memo-Emulator. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe hier jetzt mein, ja, mein Home-Screen quasi. Hier habe ich die Einstellung, da gehe ich jetzt rein. Bei euch wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Und zwar geht ihr dann in Apps, je nach Android-Version sieht es halt unterschiedlich aus. Dann geht ihr halt hier in Apps rein und dann habt ihr hier Clash Royale. Und um jetzt einen anderen Account anzumelden, müsst ihr einmal machen, Daten löschen. Alle Daten dieser App werden endgültig oder start zu sehen, alle Dateien, Einstellung, Konten, Daten machen. Okay, gut. Ich habe den Account jetzt sowieso gerade getrennt, deswegen ist alles okay. So, jetzt geht ihr quasi einmal wieder zurück auf den Home-Button, auf den Home-Screen, geht wieder in Clash Royale rein. Das sieht bei mir alles ein bisschen komisch aus, dadurch, dass es halt auf dem PC läuft oder über dem PC läuft. Und jetzt werde ich gleich abgefragt, welchen Account ich anmelden möchte oder ob ich einen neuen Account anmelden möchte. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, ich melde mich jetzt einfach um auf meinen alten oder meinen eigenen Account. Hier, hier seht ihr jetzt, ich habe hier einmal den Account von Justin, der mir ja seinen Account zur Verfügung gestellt hat und meinen Account. Was hey, ne? Und dort gehe ich jetzt rein, mache, zack. Ihr könnt natürlich auch unten ein Konto erstellen oder Konto hinzufügen, dann fügt ihr halt ein neues Konto hinzu. Es kann gut sein, dass ihr eine Sicherheitsabfrage vorher noch einmal habt. Und das ist dann einfach so, guck, jetzt fragt er ab, möchtest du den Fortschritt von Matze YouTube mit EP Level 8 laden? Achtung, der Fortschritt im aktuellen Spiel geht verloren. Ja, möchte ich. So, jetzt wird der Spielstand von mir geladen. Und, wichtig, bitte lesen Sie ja schon, erst kostenlos, spielbar. Durch den In-Web-Käufer kann ich Fortschritt... Ja, okay, das ist der Standard-Kram. Und jetzt habe ich mich quasi in meinen Account wieder eingeloggt und bin hier wieder drin. Voila! Also, genau so läuft das. Ihr könnt halt, wie gesagt, da wo ich jetzt meinen Account ausgewählt habe, könnt ihr halt auch einfach den anderen Account jetzt auswählen. Und dadurch, dass ich schon zwei Accounts eingeloggt habe, sind diese zwei immer jetzt verfügbar. Die kann ich einfach so, ohne Passwort einzugeben, wieder einloggen, weil ich das halt schon mal eingeloggt habe. Und wenn ich jetzt noch einen weiteren hinzufüge, mache ich unten hinzufügen, gebe dann Passwort, E-Mail-Adresse ein und kann das dann auch noch hinzufügen. Meistens kriegt ihr dann per E-Mail noch einen Hinweis darüber, dass sich jemand auf euren Account eingeloggt hat, ob ihr das gewesen seid. Da sagt ihr natürlich, ja, wenn ihr das gewesen seid. Wenn ihr es nicht gewesen seid, nicht so gut. Dann erscheint auf jeden Fall jemand euren Account zu hacken. Oder ihr habt so eine Sicherheitsabfrage über das Handy. Das kommt auch manchmal vor. Viele haben über das Handy so eine per Handynummer gesichert. Dann kriegt ihr so einen PIN zugeschickt. Den müsst ihr dann einmal kurz eingeben und dann kommt ihr rein in den Account. Ja, das war es im Groben und Ganzen. So viel zum Account übertragen, beziehungsweise Account wechseln, Clash Royale-Account wechseln. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ich euch damit helfen konnte, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao! Bis zum nächsten Mal.